Da ist ein ganzer Trupp gerade rein. Passt auf. Da ist die Straße. Und hier hinterher müsste es dann eigentlich gleich losgehen. Stellt mal nicht so offen. Die sind gerade vor uns da rein marschiert. Was hast du denn jetzt? Müsste da vorne, wo es noch mal dunkler wird, gleich wieder losgehen. Geht ein bisschen weiter darüber, da dürft eigentlich nichts sein. Schleicht euch ein bisschen vor. Jetzt sieht das alles gleich aus hier. Da läuft einer. Da. Zwei. Da. Da schießt doch einer auf uns. Geht nicht zu weit vorne, die Deckung dabei. Wir müssen dann auch nicht vorbeilaufen. Das war relativ nah an der Straße dann noch. An die Straße? Ja. Ja. Hast du deinen Lauf verloren? Nein. Achso, jetzt sofort. Alles gut. Jetzt sieht man von hier nicht, wenn der Bahnsteig anfängt. Ja, Mist. Bisschen noch. Wir sind mit dem Auto auch ein paar Minuten gefahren. Achso. Wir sind mit dem Auto gefahren. Zwei Minuten. Zwei Minuten, drei Minuten. Achso. Nicht so lange. Nicht so lange. Ja, da müsste es gleich losgehen. Genau, das waren die dunkleren Bäume. Keine weißen. Wir können euch jetzt langsam anfangen da so rein zu bewegen. Dann liegen da irgendwo die Kartoffeln auf dem Boden. Die sind nicht markiert. Da flacken einfach Kartoffeln rum. Bei uns sind die ein paar Schre garde. Was ist unser? Hey Sheriff, links von uns einer parallel. Drei. Pass auf sie sind aber auch einfach da, ich sehe sie hören. Siehste sie? Da sind sie. Da. Was? Da ist unser? Da beginnt das Feld. die sammler von da hinten ran gehen, wir packen hier vorne dicht es geht bis dahinter ungefähr, wo der große stumpf ist er legt los, legt los passt auf, es bewegt sich einer nach rechts ist da powder force oder was? ja, ist aber auch erlaubt warum ist denn das? keine ahnung, schön, fällt an dir, ne? ist ja von hier, 4, SS4 ist es sammelt ruhig jeder ein, wer was hat mit mit sag einfach rein, gib im dorf ab liegen, 2 netze dürften so 50, 60 stück schon sein ja, nehmt mit, schnell, da bin ich wieder hinter komm der hier schweine die da drüben einer von libertinen, der hat gesagt, wenn der motor ist fällt, los, mach es kaputt ey, nicht mit mir sag auch welche an, wenn du welche siehst, einfach alles mitnehmen wo sind sie? ich hab noch 4 Schuss im Magazin, wo sind sie? da, da läuft einer da, siehst du? da ganz hinten sitzt einer da läuft aber auch einer da, oh ey ich steutsche kartoffel ja sieht man, die werden größer ja sieht man, die werden größer ich glaub wir haben's ich hab auch ein paar gefunden, also jeder nimmt einfach mit, was er sieht geht am besten erst so ein Stück hinter und dann rüber haben wir grad ein Militär da, der sich hier hinten geht einfach dahinter und ganz hinten außenrum von übers Militärlager zum Dorf zurück, dann können sie uns gar nichts ja ok lass dich hier schießen die Dostempfoner gehen dann einfach weg genau geht den Längsten doch ordentlich auf den Keks wir gehen jetzt außenrum zurück ok kommen sie in 5 Minuten nach, dass sie halt ein bisschen beschäftigt sind ja ja aber keine Risiken, lasst euch nicht abknallen ja ich bin der Deputy, ich muss euch die ja eben was ist los mit euch, hier liegt noch eine ja ich bin der Deputy, der Deputy der Deputy der Deputy wir können dann langsam anfangen euch Richtung rechts zu bewegen fangt dann schon mal an Richtung rechts genau kann sein dass da vorne eine straße ist die fährstraße die direkt zu den armeeleger führt wenn das den anderen drüben der bunker könnte eine straße sein wir haben eine rute seit wann schaufe wo nach falsche richtung schaufe wo nach falsche richtung ja